Ja, die Windmühle packen wir, nein, wir machen mal extra Kiste, weil das jetzt ansonsten ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen. Und, was man eigentlich auch noch machen könnte, oder herzeigen könnte, wir stellen mal sehen, hier. Jetzt, da brauche ich aber noch eine Kiste, nein, da brauche ich keine Kiste. Ein Auto-Table, ja, Automatic Crafting Table, wie ist denn da gegangen, genau, aus Wooden Gear und einem Crafting-Dingsel da, ja, genau. Ah, Wooden Gear macht man, glaube ich, so, ja, vier Stück braucht man davon nicht, so, so. Und, wenn man die jetzt hier rundherum aufstellt, und hier, zack, Automatic Crafting Table, stellen wir uns hier hin. Und das Tolle an diesem Ding ist, wie schon in dem einen Video erwähnt, es fällt einfach nichts raus. Und, das kann man auch für automatische Crafting-Sachen verwenden, denn, angenommen, man legt jetzt hier zwei Wooden-Sticks rein, die kommen zum Beispiel von der Holz-Plantage, und werden dann nicht immer reingesteckt, immer wenn zwei Wooden-Sticks ist, naja, okay, dann müssen wir uns erst einmal andersrum machen, aber egal, jetzt mal nur Theorie, theoretisch. Dann wird, zum Beispiel mit einer Saug-Dingsel, jetzt weiß ich ja nicht mehr, wie du das eine Ding hast, ach, ja, 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 ist das schlecht. Auf jeden Fall wird das dann zum Beispiel hier rausgesaugt, über eine Pipeline, und dann produziert das automatisch. Deswegen bleibt das auch da drinnen, weil es uns sehr unnötig ist. Dann könnte man einen ganz normalen erhindern. Ja, das ist sehr praktisch, und zum Beispiel, wenn man etwas Größeres machen will, wie das Transmutationstablet, das da, was dann das auch noch hat, also, und man vergisst genau eins, so, das ist genau eins zu wenig, dann ist es sehr praktisch, wenn man also, wenn das drin bleibt. Der einzige Nachteil ist, es bleibt halt drinnen, und wenn man es zum Beispiel eins zu wenig hat, dann muss man halt wieder alles extra einsammeln, aber das ist es wert, wenn du, zum Beispiel, was macht ein Enderman hier? Und wo ist der hin? Hoffentlich ist er ins Wasser gefallen. Okay, dann können wir hier noch ein paar Coppergebelchen machen. Von dem kann man sowieso nie genug kriegen. Wenn ich sage nie, dann meine ich es auch so, aber wir haben irgendwie zu wenig Copper. Aus diesem Grund meine ich ja, wir haben jetzt, wir könnten jetzt hier aus der Kiste hier hinten noch Copper holen. Ja, man muss ja nicht umgewinnen, man sollte halt da hinten reingehen und blablabla. Wir haben aber auch keinen Copper mehr hier. Ja. Auch blöd, auch schön. Ja, was soll's. Gold lass mich hier, das lass mich da, das da, nein, das nicht. Irgendwas Wichtiges. Das, 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 das Ganze da, ne? Dann wir mal hier irgendwie rein, und das Technische, wie das und das. Dies da. Das und hier hin. Das wird wahrscheinlich auch nicht Brunnen an die Schere. Lassen wir mal. Hm. Dender, Dender. Lapis, sehr wertvoll. Wirklich sehr wertvoll. Gold, Bronze. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar andere Materialien, die auch nicht so ohne sind. Das können wir auch hier, das wird zum Beispiel sozusagen die Technikkiste. Mit allen wichtigen Rohmaterialien. Dann könnte ich aber eigentlich könnte ich, ja, wenn ich irgendwo, ja, das können wir auch, nein. Hier reinschmeißen. Hier reinschmeißen. Charcoal. Charcoal. Brauche ich jetzt hier jetzt drüben eigentlich auch nicht. Aber noch ein bisschen davon. Hier haben wir sogar noch eine Kiste und hier noch Crafting Table. Ja. Auch schön, auch gut. Brauchen wir aber jetzt aber nicht mehr. Das brauche ich nicht. Und, 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 und. Kohle. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. So, haben wir jetzt noch hier noch Silber. Hier noch ein bisschen Eisen. Das bisschen Eisen könnten wir für eine Spitzhacke verwenden. Dann würde ich sagen, pfff, pfff, auf geht's. Wufi, du bleibst dir, das wird zu gefährlich. Komm. Bleib stehen, danke. So, dann, äh, runter damit. In die Höhle. Ho, ho, ho. Äh, ja, prächtig. Du entwickelst es nicht prächtig, du schon. Schön, schön. Oh. Oh, oh. Schön, schön, schön. Und meine Ohren hören auch noch etwas anderes. Es ist auch schön, 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 schön. Die Frage ist, wo ist dieses schöne, schlimme Geräusch? Von Zombie in einer Höhle. In einer schönen, großen Höhle. Wichtigen Höhle, Fragezeichen. Kohle. Es wird immer besser. Ein Wahnsinn. Hier. Unglaublich. Es ist ja toll. Hm. Ah, ja, Moment. Bevor ich jetzt da... Ha. Genau, die Wünschelrote, ja, was ich, äh, vorher erwähnt und gezeigt habe, die brauchen wir ganz dringend, wenn ich jetzt, äh, hier ein bisschen was suchen gehe. Zum Beispiel Diamanten und, ähm, Diamanten und Eisen, Kohle, Bronze und all anderes ganz wichtiges Klumpet, da kann man mal zumindest den Nummer 1 machen, oder Nummer 2, ich weiß jetzt gar nicht. So, ähm, ich weiß auch nicht wie das heißt, ich weiß nur, dass es von ganz hinten hier ist, so. Diving Road. Und, das brauchen wir, und das brauchen wir aus einer Charcoal und das, das haben wir ja locker, locker, locker. Wir haben ein Charcoal, haben wir... Na. Na. Nicht wirklich, oder? Ne, das ist, na. Na, 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 na. Jetzt habe ich genau das, die letzten verbraucht, um etwas Unwichtiges damit zu schmelzen. Hier ist ein Pick. Hey, Pick. Pick, Pick, Pick. Pick, 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 Pick. Und einig Mumu. Und hier ist auch eine Höhle. Sieht aber sehr unwichtig aus. Was würde ich jetzt eigentlich hier machen? Hm. Ein Baum fällen. Baum. Ja. Interesting. Oh, die Sekunden. Tick, 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 Tick. Noch 18, 15, 14, 13, 12, 15, 19, 20, 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 21, 20, 20, 20. Was aber irgendwie komisch ist. Nein, ist nichts komisch. Okay, passt. Ähm. Bäh. Nein, hier ist der Ofen. Hier ist der Ofen. Hier haben wir noch einen zweiten. Iron brauchen wir nicht. Wir brauchen das in... Was Gescheites umwandeln, bitte. Schmeiß mal sofort das einig. Und warten. Da können wir jetzt essen. Es wird wahrscheinlich wieder bald finster werden. Jo, kann auch nichts dafür. Bin unschuldig. Das schmeißen wir hier rein. Wir haben... Hm? Haben wir eine Bronze irgendwie irgendwo abgebaut? Also, er war doch dabei. War das vorher auch schon da und ich hab's nicht gesehen? Also, na, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal das. Und jetzt brauche ich noch was? Ein Stick. Okay. Stick. Und das darunter rum. Zwar mal die Einzel. Die erste Version davon. Rechtsklick. Man sieht, das Beste ist 1. 1, 1, 1, 1. Es gibt nichts Besseres wie 1. Juhu. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier hinklicke. Oh, 5. Baum ist 5. Es ist Beste ist 5. Da gibt's nur 1, 1. Hier 2. 2 ist... Keine Ahnung. Das Ding vielleicht? Ja, das Ding ist 2. Also, das ist ja erstmal in einem 3x3x3 Bereich. Such das hier alles ab. Und dann gibt's noch die nächste und die beste. Die nächste wäre das. Also, die nächste. Wo war ich denn hier? Das benötigt einmal Redstone und einmal Iron. Und wir haben einmal Iron und wir haben einmal Redstone. Und einmal Iron und einmal Redstone ergibt einmal das Ding ist, äh, das hier. Und das einmal Ding ist das, bloß das Diving Rod. Da gibt's das nächste coole Ding. Wow. Stufe 2. Was kann das? Es kann eben schon ein bisschen weiter. Keine Ahnung wie viel, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es sollte ein bisschen weiter suchen. Schau. Best found. 32. Was ist 32? Keine Ahnung. Es sucht auf jeden Fall jetzt da in einem 3x3 Radius in die Richtung 16. Keine Ahnung. Irgends auch was. Oder auch. Na. Fälle. Keine Ahnung. Das nächste kann man uns allerdings noch nicht leisten. Dann, das benötigt einmal Diamond. Und das Diamond haben wir noch nicht. Ja. Wie schaut's hier aus? Oh, es fühlt sich. Das ist gut. Das ist gut. So, wir denken jetzt auf die Suche. Tak, tak, tak. Später werden wir nunmehr so herumlaufen. Oben, ganz unten. 256. Lassen. Ist das Kohle? Na, Kohle ist viel mehr wert. Kohle ist viel mehr wert. Best found. Best found. 85. Wo war denn das? Ist mir egal. Auf jeden Fall irgendwo da war. Nein. Gehen wir einfach mal runter in die Höhle. Wir haben Kohle dabei. Kohle und Holz haben auch. Und das Ding haben wir auch noch dabei. Und hier haben wir auch noch das dabei. Na schön. Ja. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht. Nein. Best found 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1. 256. Jetzt wissen wir, was 256 ist. Es ist Tin. Oh. Interessant. Interessant. Ist ja noch irgendwo Tin in die Nähe. Tin, 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 tin. Was ist denn? Ist jetzt das hier? Moment. Moment. Oh. Oh. Aha. Aha. Oh. Ja. Wenn wir jetzt in die Richtung gucken. Ist das besser? 85. Wenn wir in die Richtung gucken. 128. Also wir wollen ja mal sagen, Bronze ist 85. Fragezeichen? Ja. Dürfte sein. Und da gibt es halt noch was besseres. Nicht weit von uns entfernt. Die Frage ist, soll ich hier mal rüber? Nein. Warum denn auch? Schauen wir mal ein bisschen den Gang weiter. Denn der Dummy geputtelt hat, während ich gestorben bin. die meiste Zeit. Oder besser gesagt, ich habe versucht, meine Materialien, meine Items wieder zu finden. Da ja das hier nicht funktioniert hat. Und dabei bin ich dann drauf gegangen. Oh, ein Emerald. Hallo. Na, wie geht's? Geht's gut? Hoffentlich. So, ich hoffe, wir finden... Na, wir haben noch eine Bast. Jetzt dachte ich schon, wir haben keine... Äh... Eisenspiegzeuge mehr. Ja, das wäre... Sehr problematisch geworden. Mhm. Vor der Nase einen Diamanten. Und dann hast du... Keine Ahnung, nur mal eine Holzachs. Haben wir eine Holzspielka... Ja, wir haben noch eine Wurtenpickachs dabei. Also, das wäre dann wirklich sehr peinlich. Da müsste man wieder ganz nach oben gehen. Ganz nach oben. Wo auch immer das sein wird. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ach, ja. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Was hat eigentlich Eisen? Das haben wir, glaube ich, auch schon gekauft. Nochmal. 256. Ja, genau. Das war 256. Und der EMC-Wert, also die Zahl, was ihr da seht, ist nach der Häufigkeit der Materialien in der Welt festgelegt. Oh, hochkomplex. Ja. Und es gibt sogar einen... einen, einen, ein Material, ich habe es vergessen, wie es jetzt heißt. Das ist, ähm... fast doppelt so viel, oder mehr als doppelt so viel, äh... EMC hat der wie, äh, Diamant. Unglaublich aber wahr. Das heißt, findet man einen so, einen, der ziemlich nutzlos ist, mit dem kann man wirklich nichts machen. Äh, soviel ich das weiß, kann man dafür nichts machen. Haut man dann einfach in den EMC-Umwandler, also ein Transmutationstablettchen rein und... Jetzt könnten wir mal gucken. Ja, ja. Ja, und dann machen wir eben Diamanten draus. Oh, hier ist Eisen. Oh, soll ich mir das Eisen holen? Nein. Äh, wo war denn... Ja, ich denke mal in die Richtung. Ja. Okay. Haben wir noch... Jetzt nehmen wir einfach mal... Funktioniert das? Ja, doch, das funktioniert gleich. Ja, schön. Dauert zwar etwas länger, aber ein bisschen... Na, okay, Kohle dauert doch etwas länger als... Etwas unwichtigeres, obwohl unwichtigeres brauche ich ja nicht ab, also... Vergessen wir es einfach. Wie gesagt, ich täte es gerne... Oh, hier ist den... Verbrennen. Aber es geht leider nicht. Was auch ein bisschen unrealistisch ist, aber egal. Man kann ja schon die Sticks und die Bäume, oder die Saplings, besser gesagt, verbrennen. Das ist schon mal gut, sehr gut. Aber das ist auch nur ein Anfang. Ein Anfang, ein Anfang, ein Anfang. Tja. So ist das. Ha, schön. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber... Wenn man diesen Mod installiert hat, ja, und dann Tech-It so richtig spielt, also, es wird einen... Es ist viel mehr Musik, jetzt vielleicht nicht in der Höhle, aber, naja, es gibt auch in der Höhle natürlich viele verschiedene Musik-Achtern, oder Lieder, besser gesagt, ja, Lieder, ja. Und draußen, die Vögel, die Grillen, das ist wirklich super. Ja, das wäre für Minecraft, allgemein, Vanilla, eigentlich auch schön, wenn es ein bisschen mehr Sounds geben hätte. Okay, jetzt sind wir hier, speichern. Oh, weißt du jetzt was helfen? Ja. Okay, wir sind hier. Ich sollte das nicht vergessen. Was haben wir... Wir sind hier auf der Höhe 19. Oh, das ist sehr gut. Höhe 19. Aber es ist hier auch irgendwie... Gespenstisch. Naja, gespenstisch. Oh, das ist sehr gut. Na ja. 256. Das ist sicher nicht 256 wert, weil das gibt es relativ häufig. Ist auch irgendwie ziemlich sinnlos. Bis auf das, dass es an sich, also jeder Einzler von diesen Nikolaits, ist ziemlich... Naja, es ist nicht das hohe EMC, den hohen EMC-Wert, aber es ist, da es an so vielen Mengen abgebaut wird, doch relativ super. Also das kann man auch super dafür verwenden. Das ist toll. Und wir werden das auf jeden Fall noch brauchen, denn es gibt Sachen, die sind einfach so teuer, die könnte man ohne den Umwandlern gar nicht schaffen. Ja, so ist das. Glaubt es nicht. Natürlich könnte man sagen, es ist einerseits cheaten, aber... Aber in den späteren Folgen werden wir es dann wissen, dass es verdammt teuer sein wird. Es kostet zum Beispiel dann, ich weiß nicht, irgendein Ding, es ist irgendein Ring, mit dem kann man nachher fliegen. Das ist wie so im Creative Modus. Der kostet, ich weiß nicht, wie viel Diamanten, also... Da müsste ich jetzt schätzen, ich weiß nicht. Sagen wir mal, zwei, drei Stacks Diamanten, oder sagen wir mal, ein Stack Diamanten, ein bis zwei Stack Diamanten, irgend sowas in der Richtung. Und so viel musst du mal finden. Ich meine, ein Stack ist ja auch schon viel. Dann vielleicht mehr als ein Stack. Gut, das wird richtig spannend nachher. Gut, das ist ja auch schon viel.